moin moin und herzlich willkommen zu diesem neuen video naja moin moin passt nicht so ganz ist schon mitten in der tiefsten nacht und wir sind hier in einer metallfabrik hier im ruhrgebiet und was hier genau abgeht das schauen wir uns einfach mal gemeinsam an ist auf jeden fall eine riesengroße halle und es ist ja eine menge zu sehen also viel spaß auch hier ist es wirklich gut ich habe es wirklich gut ich habe es wirklich gut Was ist das hier? Okay. 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 Let's go. Oh, da sind die Pfeiler schon. Auf jeden Fall mal eine aufgeräumt. Die sind von 2014. 2010. So, da sind die also noch nicht. Hm. Was sind? Die hier. Einmal ein Gebrauch. Okay. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab' ich gar nicht gesehen. Die sind echt so weit wie vorhin schon, ne? Was ist diese Sicht denn da? Ist das ein neues Dio ausprobiert oder was? Mhm. Gut. Check, check. Füllst du bitte in der Ebene deinen Stundenzettel aus, ja? Ja, sehr gerne. Das, was du heute gemacht hast, trägst du bitte auch an, ja? Wie lange du an die Gehaltserhöhung denkst? Gehalt. Ehrenamtlich hier. Ehrenamtlich, okay. Dann nichts. Ja, das war's aus diesem Lost Place, aus dieser alten Metallfabrik. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid auf jeden Fall nächstes Mal dabei, wenn es wieder heißt Lost Place. Vielen Dank fürs Zusehen, denkt an das Abo und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.